Jetzt haben wir hier wieder die hüpfenden Quadrate. Guck mal, deins ist gelb, meins ist weiß. Ne, jetzt ist es meins. Deins ist blau, oder? Ne, jetzt ist es. Aber eben was auch. Jetzt ist, guck mal, wenn man sich nicht bewegt, ist es gelb. Jetzt ist mal, ah, wenn man sich bewegt, nein. Wenn man sich nicht bewegt. Jetzt bewege ich mich und es ist immer noch gelb. Ja, komisch, meins ist weiß. Gesichtserkennung, ganz tolle Erfindung. Wahnsinn, Wahnsinn. So sind unsere Gesichter immer total scharf. Mein Gott. Technik ist schon toll. Das ist schön, ich brauche dich jetzt gar nicht direkt angucken, sondern gucke dich über den Monitor an. Ja.